Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen zur nächsten Kaderplanung hier auf Kick-Off und heute geht es weiter mit Eintracht Frankfurt. Die letzten Jahre hat ja die Eintracht mittlerweile immer europäisch gespielt, auch in diesem Jahr wieder in der Europa League mit dabei gewesen, aber über die Bundesliga wird es das ja nicht geben. Natürlich ist die Chance nach da durch einen Europa League Gewinn sogar den Champions League zu erreichen, aber trotzdem wird sich der Kader ein bisschen ändern. Es gibt 4-5 Spieler, die ordentlich Geld in die Kassen spielen könnten, die womöglich auch selber gerne wechseln wollen und es gibt auch Spieler, die nicht wirklich funktioniert haben und abgegeben werden sollen. Deswegen wird es den nächsten Teil noch einen Umbruch geben und wir planen mal den Kader durch für Eintracht Frankfurt. Legen wir los und das wie immer im Tor, da war mit Kevin Trapp die klare Nummer 1 und dahinter Jens Gral als Erfahrenen, wie auch Diant Ramay als junges Torwart-Talent. Generell macht das Torwart-Trio sicherlich so auch genau Sinn, Yannick Hortz ist ja auch noch mit dabei, ein junger Keeper hat seinen Vertrag erst noch verlängert, der könnte vielleicht auch für die neue Eintrachter zweite Mannschaft interessant sein. Denn die gibt es ja jetzt auch wieder, was ich auch gut finde, weil es genau für solche jungen Talente gut ist. Aber wenn man auf dieses Torwart-Trio blickt, würde ich daran gar nichts ändern. Abgänge gäbe es für mich da nicht. Kevin Trapp bleibt natürlich die klare Nummer 1. Jens Gral blieb eine Erfahrene Nummer 2. Und bei Ramay, der auch ein bisschen Verletzungsbech hatte, der braucht einfach jetzt auch ein bisschen Zeit, um dann auch wieder möglicherweise in ein, zwei Jahren so richtig angreifen zu können. Oder vielleicht natürlich auch bei einem anderen Klub per Leibasis Spielpraxis zu sammeln. Aber wenn man mit den drei Planen will, dann passt das auf jeden Fall. Blicken wir mal auf die Schienenspieler. Ich habe jetzt hier keine klassischen Flügelspieler und Außenverteidiger unterschieden, weil ja auch Frankfurt eigentlich immer mit Dreierkette spielt, respektive Fünferkette, wodurch du halt diese sogenannten Schienenspieler hast. Eine Mischung aus Außenverteidiger und Flügelspieler. Aktuell haben wir ja für die rechte Seite vor allen Dingen Ansgar Knauf im Winter aus wie ein Mom vom BVB. Der funktioniert wirklich gut, hat sich festgespielt. Seine Laie läuft ja auch noch ohnehin ein weiteres Jahr. Timothy Chandler, ein sehr erfahrener Spieler, eher defensiv orientiert, hat ja noch einen Vertrag bis 2025. Also auch da gibt es, finde ich, keine großen Diskussionen. Die gibt es dann schon eher bei Almami Thore, Danny Da Costa und Eric Durm. Gut, Da Costa können wir streichen. Der wird Frankfurt ohnehin verlassen, das steht schon fest. Aber auch bei Thore und Durm ist die Zukunft alles andere als gesichert. Eric Durm spielt keine große Rolle. Sein Vertrag läuft noch ein weiteres Jahr. Wenn man sich da trennen kann, wird man sich trennen. Bei Almami Thore ist es an sich ähnlich, wobei es noch ein bisschen anders ist. Er ist immer noch ein Spieler, der schon das Potenzial mitbringt, sich durchsetzen zu können. Auch wenn er mittlerweile schon 26 Jahre alt ist, aber natürlich ist bei ihm auch klar, dass er einfach zu wenig spielt. Wenn er spielt, zum Beispiel das Rückspiel in Barcelona, macht er einen guten Job. Aber auch da gehe ich davon aus, wenn es ein Angebot gibt, dann wird man auch Touré abgeben, wodurch da schon mal drei Spieler gehen werden. Christopher Lenz, auch verletzungsbedingt noch keine große Rolle spielen können als Kostic-Backup. Der wird auf jeden Fall noch eine neue Chance bekommen. Und dann kommen wir jetzt auch zu Philipp Kostic. Eine sehr, sehr schwierige Personalie. Ich denke mal, da sind wir uns alle einig. Sein Vertrag läuft nur noch ein weiteres Jahr. Und seitdem er ja da ist, gibt es gefühlt jeden Sommer Abgangsgerüchte. Und das ist auch in diesem Jahr wieder der Fall. Zuletzt galt er auch Intermailand als Interessent. Halte ich für unrealistisch. Der hat mit Robin Gosens ja auch nochmal einen Spieler geholt, der halt perfekt als Schienenspieler passt. Und ich glaube, dass Philipp Kostic auch ganz genau weiß, dass er bei Frankfurt überragend gut ins System passt. Und natürlich ist aber auch klar, die Serie A ist für ihn eine sehr, sehr spannende Liga. Für Kostic ist aber auch wichtig, international zu spielen. Bei Frankfurt kann das noch passieren. Man kann es aber natürlich auch verpassen. Trotzdem, wenn man noch in die Serie A blickt, wer das interessiert ist, da wurde ja auch Lazio Rom und auch AS Rom genannt. Die erreichen höchstwahrscheinlich, wenn überhaupt die Europa League. Ob er dafür Frankfurt verlässt, glaube ich persönlich sogar nicht. Ich denke, es gibt eine Vertragsverlängerung mit Philipp Kostic und dann bald Frankfurter. Somit bei den Schienenspielern Abgänge. Denn die da Costa ist klar. Erik Durm gehe ich von aus. Almami Touré, wenn das Angebot stimmt. Und somit muss man natürlich da vielleicht ein bisschen gucken. Von der Kaderbreite passt es auf jeden Fall. Aber dann auch, wenn man die Europa League oder die Champions League eben verpasst, die Europa League nicht gewinnt, Sollte man Champions League spielen, würde ich da auf jeden Fall nochmal ein, zwei neue Leute hinzuholen, um einfach da weiterhin breit genug aufgestellt zu sein. Innenverteidigung. Und da ist das nächste spannende Thema. Da haben wir ja aktuell Martin Hintegger, Ivan Endika, Tuta und Makoto Hasebe. Eigentlich Sechser, spielt teilweise Innenverteidiger. Er ist halt überall gleich wichtig. Der sehr, sehr erfahrene Japaner. Aber über ihn müssen wir gar nicht viel reden. Sein Vertrag knauft noch ein weiteres Jahr. Ja, die Zukunft ist schon mal klar. Bei den drei anderen ist sie aber unsicherer denn je. Das Abwehrtrio der SGE, welches ja wirklich eine starke Innenverteidigung bildet, könnte auseinandergerissen werden. Theoretisch könnten ja sogar alle gehen. Hinteregger, fangen wir mal mit an. Sein Vertrag läuft noch zwei weitere Jahre. Er kann sich sogar eine Verlängerung sehr gut vorstellen. Bei Frankfurt ist man sich aber dessen bewusst, dass er zum einen relativ viel verdient, zum anderen vielleicht sein Lebensstil nicht perfekt dazu passt, dass er noch ewig lang Profifußballer sein wird mit Ende 20. Ist das ja nicht mehr ganz so weit weg. Und man ist durchaus bereit, ihm bei einem passenden Angebot abzugeben. Das gilt aber auch für jeden Spieler. Meine Meinung ist aber klar. Martin Hinteregger muss bei Frankfurt bleiben. Anders ist die Geschichte bei Ndika. Ein toller Innenverteidiger, extrem gut entwickelt, 22 Jahre jung. Sollte man Europa endgültig verpassen, gehe ich da von einem Abgang aus. Man wird da sicherlich auch um die 30, wenn nicht sogar noch mehr kassieren können. Und das Geld ist natürlich vor allem in Corona-Zeiten schon unglaublich wichtig. Bei Tuta geht es hier an sich in eine ähnliche Richtung. Bei ihm sehe ich aber noch nicht, dass der Schritt notwendig ist. Problem, sein Vertrag läuft in einem Jahr aus. Mein Vorschlag wäre da, Vertrag verlängern. Mit ihm auch den klaren Plan ansprechen. Wenn es in ein, zwei Jahren ein gutes Angebot gibt, wird man sich zusammensetzen. Und ich glaube, dann wäre auch die Planung für die Innenverteidigung schon mal ganz gut. Somit wären hier mein Abgang, Yvon Ndika. Davon gehe ich aktuell zumindest mal aus. Und potenziell sehe dann die Innenverteidigung folgendermaßen aus. Hinteregger, Tuta und Hasebe blieben. Und wir haben da zwei Fragezeichen. Zum einen finde ich, musst du sie auch ein bisschen verbreiten. Das hat man auch in der Europa League gut gesehen. Als dann Ndika jetzt fehlt und Tuta auch gegen Bassem Rückspiel gefehlt hat. Dass man da jetzt nicht diese perfekte Alternative hat. Ein Nachfolger für Ndika wäre ja zum Beispiel Smolcic. Der Transfer ist zwar immer noch nicht offiziell von Rijeka, aber es wird wohl darauf hinauslaufen, dass Smolcic zu Eintracht wechseln wird. Und man hat ja auch schon einen neuen Transfer für die kommende Saison. Und das ist Jérôme Anjouen von RB Salzburg. Ehemaliger Stuttgarter junger Innenverteidiger in den nächsten Schritt gehen möchte. Der finde ich passt gut rein. Was ich auf jeden Fall spannend finde, wäre bei den ganzen Personalgeschichten, dass man sehr, sehr zweikampfstarke Leute holt. Und vielleicht dadurch das Aufbauspiel so ein bisschen missachtet. Da bin ich sehr gespannt, welche Lösungen man da finden wird. Aber wenn man jetzt mal diesen 5-4-3-Häger planen würde mit Anjouen, mit Smolcic, Hasebe, Tuta, Hinteregger, sähe das schon wirklich richtig gut aus. Blicken wir mal in die Mittelfeldzentrale. 6er, 8er und 10er Position. Aktuell haben wir da ja ordentlich was an Auswahl. Zum einen Christian Jakic, letztes Jahr im Sommer ausgeliehen worden von Zagreb. Hat sehr, sehr gut funktioniert bis hin. Ich denke mal, den wird man und will man fest verpflichten. Stefan Ilsanka, da ist auch schon klar, sein Vertrag wird nicht verlängert. Er wird Frankfurt verlassen. Sebastian Rohde, muss man denke ich nicht drüber sprechen. Sein Vertrag läuft noch zwei weitere Jahre. Wenn er fit ist, bringt er Leistung. Genau so einen brauchst du. Und Gibril Sow ist halt der nächste Spieler, der Frankfurt verlassen könnte. Hat sich auch richtig gut entwickelt. Ich finde, der Glas noch nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Sein Vertrag läuft aber noch zwei weitere Jahre. Somit ist man noch nicht verdammt, ihn zu verkaufen. Wenn man eine Ablose-Summer kassieren möchte. Deswegen gehe ich auch hier von einem Verbleib um mindestens ein weiteres Jahr aus. Mit Aydin Rustic haben wir ja einen sehr, sehr flexiblen Spieler in der Mittelfeld gefühlt alles spielen kann. Sein Vertrag läuft ein weiteres Jahr. Ich finde, den kann man als Backup auf jeden Fall weiterhin gebrauchen. Bei Ayman Barkok ist das schon klar, dass er Frankfurt verlassen wird. Dann haben wir noch Jesper Lindström. Auch ein super Transfer letzten Sommer, ja, gekommen von Bröndby. Der gefällt mir richtig gut. Der junge Däne ist jetzt schon einer der wichtigsten Spieler in der Offensive geworden. Neben natürlich auch Daichi Kamada. Und auch bei ihm ist die Geschichte ähnlich wie bei Indika und Co. Er ist ein Abgangskandidat. Er könnte ordentlich Geld in die Kassen spülen. Sein Vertrag läuft nur noch ein weiteres Jahr. Kamada wäre für mich neben Indika der zweite teure Abgang, den ich hier zumindest mal vorhersehen würde. Dann haben wir noch Jens-Peter Hauge. Bislang noch nicht wirklich überzeugen können. Ich habe ihn jetzt hier auch immer als Zehner gelesen. Kommt ja eigentlich über den Flügel. Aber die Position gibt es ja jetzt nicht so klassischerweise in Frankfurt-System. Er wird fässerpflichtet werden vom AC Milan. Relativ teuer wird er sein. Aber ich denke mal, man wird ihm auch noch eine weitere Chance geben. Das hat ja auch schon Markus Krösche relativ deutlich zum Ausdruck gebracht. Somit wären meine Abgänge Il-Sanka Barkok. Klar, das ist schon offiziell. Und eben auch Daichi Kamada. Potenziell würde ich dann auf jeden Fall noch einen weiteren 6er, 8er hinzuholen. Sollte man europäisch spielen. Wenn nicht, wäre für mich das mit Jakic, Rode, Sou und Rustic vollkommen ausreichend. In der Offensive wäre dann die Frage, wie du es löst, wenn Daichi Kamada geht. Ich habe jetzt mal ein Fragezeichen dahin gemacht. Wir haben ja schon mal einen Neuzugang. Das ist Marcel wenig. Ein großes Talent vom FC Bayern München. Ein 10er. Ich bin gespannt, welche Rolle er schon spielen wird. Aber wenn Kamada geht, würde ich da schon noch mal nachlegen. Natürlich könnte Hauke den nächsten Schritt gehen und vielleicht sogar Kamada ersetzen. Ich würde trotzdem da noch einen neuen potenziellen Stammspieler holen. Natürlich auch ein Ali Du kommt noch hinzu von HSV. Mal gucken, welche Position der so finden wird. Aber wenn Kamada geht, muss man, finde ich, da auf jeden Fall noch mal nachlegen und einen ähnlichen Spielertypen suchen. Und im besten Falle dann auch finden. So, Flügelspieler können wir somit überspringen. Da haben wir ja theoretisch Knauf, Kostec, Hauge. Es kommt Ali Du noch hinzu. Den haben wir jetzt aber auch alle schon durch andere Positionen abgekauert sozusagen. Deswegen blicken wir auf jeden Fall in den Sturm. So, aktuell haben wir da Rafael Boré. Wir haben Gonzalo Paciencia, Sam Lammers und Ragnar Ache. Und es ist natürlich rein potenziell gesehen eine gute Besetzung. Du hast mit Boré einen spannenden Stürmer, der letztes Jahr aus Amerika gekommen ist. Du hast mit Paciencia einen guten, erfahrenen Backup. Mit Lammers eigentlich einen spannenden Stürmertypen. Und mit Ragnar Ache an sich ein junges Sturmtalent. Klingt ja als eine gute Mischung. Ja, funktioniert nur leider nicht. Rafael Boré mit vielen Vorschusslorbeeren gekommen, tut sich schon schwer. Für mich ist bei ihm vor allem das Problem, als alleinige Spitze sehe ich ihn einfach nicht überragend. In der Doppelspitze kann ich ihn dann schon wiederum besser vorstellen. Gonzalo Paciencia, sein Vertrag läuft nur noch ein weiteres Jahr. Ich glaube, wenn es da ein Angebot gibt, dann wird man sich trennen. Er ist aktuell ein erfahrener Backup. Aber selbst mit der Rolle spielt er keine wirklich große, was auch die Einsatzzeiten angeht. Dann haben wir noch Sam Lammers. Von Adadana Bergamo ausgeliehen worden mit Kaufoptionen. Ich bin eigentlich Fan von seinem Spielertyp. Habe mich auch gefreut, als er in die Bundeswehr gewechselt ist. Aber er überzeugt halt nicht. Die Laie wird enden. Und ich denke mal, wenn das Kapitel dann geschlossen sein wird, wird auch keiner wirklich drum böse sein. Und bei Ragnar Ache sehe ich auch weiter noch ein gewisses Potenzial. Aber wenn, dann muss der Junge auch spielen. Ihn würde ich verleihen, vielleicht sogar verkaufen. Eine Zukunft bei Frankfurt im nächsten Jahr sehe ich nicht. Und somit klingt das nach Veränderung. Und ja, die wird es auch geben. Paciencia, Lammers, Ache wären für mich die drei Abgänge. Boré würde ich eine weitere Chance geben. An sich ist er auch ein guter Stürmer. Er muss aber, finde ich, anders eingesetzt werden. Was auch schon klar ist, ist, dass mit Randall, Colo, Moani ein neuer Stürmer kommen wird. Damit könnten wir schon mal ein Fragezeichen streichen. Ein sehr, sehr spannender Spieler. Ich glaube, der wird sehr gut reinpassen. Ich würde aber dann noch ein weiteres dazu holen. Möglicherweise ein vielleicht junges Talent, wie ein Ali Akma nochmal eine neue Chance geben. Aber vor allen Dingen würde ich da noch einen wirklich guten Backup holen. Einen erfahrenen Stürmer mit Boré, der zwar schon sozusagen 27 ist und trotzdem aber auch noch in Europa unerfahren ist. Und Colo, Moani hast du noch eher zwei Unerfahrene. Da würde ich noch einen Typen wie Bastos als Beispiel holen. Natürlich nicht genau ihn, er war ja schon mal da. Aber ihr wisst auch, was ich meine, um einfach auch da in der Breite richtig gut aufgestellt zu sein. Verliehende Spieler, auch der Blick lohnt sich noch einmal. Aktuell hat er die Frankfurter Eintracht durch aus ein paar auch potenziell spannende junge Spieler verliehen. Und die gehen wir mal gemeinsam durch. Wer jetzt nicht dabei ist, ist Igor Matanovic. Der hat sich ja Frankfurt im letzten Jahr schon schnappen können. Direkt zurückverliehen zu St. Pauli. Die Leihe läuft noch ein weiteres Jahr. Ja, blicken wir deswegen auf sieben andere Leihe-Spieler, wo rein theoretisch die Leihe-Verträge im Sommer enden. Da wird zum einen Dominic Khor. Da ist er schon relativ früh klar gewesen. Mainz und Khor, das passt sehr gut. Frankfurt und Khor, das passt nicht mehr wirklich. Ich gehe stark davon aus, dass er bei Mainz bleiben wird. Bei Rodrigo Salazar ist die Geschichte schon klar. Ja, Schalke hat die Kaufoption gezogen. Er ist und bleibt Schalker. Es gibt eine Rückkaufoption, die gilt aber erst im nächsten Jahr. Mal gucken, ob das dann noch eine Zukunft hat. Aber für diesen Sommer ist die Zukunft schon mal geklärt. Und auch bei Steven Zuber läuft es in Athen sehr, sehr gut. Spielt eine gute Rolle, hat eine gute Saison gespielt. Es gibt wohl ab Sommer einen neuen Trainer. Dann möchte man entscheiden, ob er bleibt oder nicht. Aber wenn man die Leistungen sieht, dann passt es bei ihm schon sehr, sehr gut zusammen. Deswegen gehe ich auch von einem Verbleib in Griechenland aus. Keine Zukunft sehe ich bei den drei Talenten. Martin Petscher, Elias Börtner und Finn Otto. Ja, alle drei auch bei den Leidenschafts noch nicht wirklich überzeugen können. Bei Frankfurt selber glaube ich auch nicht dran. Vielleicht sind solche was für die neue zweite Mannschaft. Kann ich schwer beurteilen. Aber in der Profimannschaft werden sie, glaube ich, keine Rolle spielen. Bei Ali Ackmann, der in Holland eine ganz gute Saison gespielt hat. Bisschen sehe ich schon, dass man ihm eine neue Chance geben könnte. Vielleicht als Stürmer Backup. Je nachdem, wie man halt da so plant. Aber zumindest in der Vorbereitung nochmal den Jungen anguckt. Aber auch da wäre ich für eine weitere Leihe durchaus offen. Und fände ich auch an sich die beste Lösung. Transferplanung. Nun nochmal kurz eine Übersicht. Im Tor würde ich gar nichts ändern. In der Verteidigung nochmal einen weiteren rechten Verteidigerin zu holen. Der vielleicht auch links spielen kann. Plus offensiv stark ist. Um einfach flexibel aufgestellt zu sein. Auch für eine mögliche Viererkette. Weil da könnte es natürlich nicht mit Knauf rechts hinten spielen. Zudem zwei neue Innenverteidiger. Auch Joanne ist schon da. Smolcic ist durchaus realistisch. Im Mittelfeld würde ich, wenn ich Europa spiele, noch einen weiteren Sechser hinzuholen. Sonst ist das nicht zwingend vom Bedarf. Auf jeden Fall aber, wenn Kamada geht, ein Nachfolger. Und vielleicht noch ein flexibler Offensivspieler. Aber das ist auch nicht zwingend notwendig. Hängt halt vom System ab. Im Angriff zwei neue Stürmer. Colomuani ist schon klar. Einen weiteren würde ich auf jeden Fall noch holen. Sollten natürlich die drei gehen, die ich vorhin angerissen hatte. Und jetzt noch ein Blick auf die Startelf. Potenziell in Variante 1 und in Variante 2. Links sehen wir das typische 3-4-3. Was ja Oliver Glasner gefühlt immer spielen lässt. Und rechts das 3-4-1-2. Das ist eine minimale Änderung. Die für mich aber wichtig wäre und für Raphael Boré sogar sehr interessant sein könnte. Aber gehen wir jetzt mal das durch, was aktuell Sache ist. Das 3-4-3. Trapp blieb natürlich im Tor. Hinterhecker und Tuta wären klar gesetzt, wenn sie beide bleiben. Und da ist halt noch ein Neuzugang. Entweder Smolcic, der natürlich als Linksfuß durchaus spannend wäre. Mit Ojoen als Rechtsfuß. Könnte vielleicht auch Hinterhecker wieder den linken Part übernehmen. Da wäre es dann durchaus flexibel aufgestellt. Die Viererei im Mittelfeld blieb bei beiden Systemen gleich. Kostic links, Knauf rechts, Doppel 6, Jakic und Sow. Und auch Jesper Lindström wäre natürlich komplett gesetzt. Bei Variante 1 wieder auf dieser rechten Position. Ist ja so eine Mischung aus Zehner und Flügelspieler. Und da brauchst du halt Nachfolger für Kamada. Entweder Hauge oder Neuen. Und dann natürlich im Sturm Kolomuani hat sicherlich direkt sehr, sehr gute Start. 11 Chancen bei beiden Varianten. Variante 1 alleine im Sturm. Variante 2 Doppelspitze mit Boré. Auch das wäre für mich eine Option, die durchaus vorstellbar wäre. Und somit ist das meine Kaderplanung für Eintracht Frankfurt. Natürlich hat man aktuell noch viele Fragezeichen. Bleiben Spieler wie Tuta, Ndika, Hinteregger, Jakic, ein Gibril Sow oder auch ein Philipp Kostic und Kamada. All das weiß man noch nicht. Man weiß auch noch nicht, ob man es noch in den Champions League schafft oder nicht. Ich habe jetzt mal probiert, eine Kaderplanung zu machen oder es auch rüberzubringen, dass man theoretisch auch für beides jetzt schon planen kann und auch planen muss. Generell wird der Kader sicherlich Veränderungen benötigen und auch bekommen. Und die Ansätze von Markus Krösche, wie man jetzt schon die Transfers sich so anschaut, die man vollzogen hat, die wirken sehr, sehr spannend und interessant. Und deswegen finde ich es auch spannend, was ihr dazu sagt, zu meiner Kaderplanung, vor allem auch an die Eintracht-Fans. Wo lag ich richtig, wo aber auch möglicherweise falsch? Auch das kann natürlich immer wieder vorkommen. Schreibt das mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Bis zum nächsten Mal.